Wir sind zurück mit Raid Slug. Jawoll. Also ich freue mich schon. Ich weiß nicht. Ich weiß. So, letztes Mal hat es eigentlich schon ziemlich gut funktioniert. Oder? Oh ja. Ja, für dich vielleicht weniger. Aber bei mir hat es gut funktioniert. Wobei ich diese Woche auch schon ein paar schlechte Erlebnisse hatte. Zum Glück hoffe ich. So ein Frackfeuer ist kein Bock mehr. Schein alles jedoch. Oh, was ist das? Kommt! Zum Glück bist du bleee. Wenn ich auch. Fuck. Den kriegst du, oder? Oh! Das war ein Zuspiel aus Verabschicht. Ja, verdammt. Oha! Schade. Ich konnte es nicht mehr verbremsen. Das ist zu lautig. So. Na egal. So! Oh! Ich war im Tor. Rauf zu einem Bildchen. Du. Bildhure. Ja, ich weiß. Oh, ho, ho. Okay, du kriegst auch vor. Oh, fuck. Oh, die lass ich. Merd. Merd. Oh, wow, wow, wow. Oh, verdammt echt. Boah, die war geil. Naja. Irgendwie ist es auch gerade irgendwie komisch. Läggst du an der Kameraeinstellung oder so? Oh, ich zieg da eine Kamera. Ich weiß nicht. Irgendwie kommt es mir gerade komisch vor. Ich zieg da in dem Spass, der spielt. Tja, die war wohl drin, ha? Nein, die war geil. Hm. Hm. Schwein. Ich muss eure scheiß Tore angucken, dann dürft ihr das auch angucken. Ja, oder? Sie haben es auch komplett gemacht, die Schweine. Oh. Oh, wow, 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 wow. naja kommt wieder Richtung Tor sie ist kriegst du noch mal ein bisschen ja oder guter Pass ich hab sie fast verdammt die ist auf Deck aufgerollt ein guter Mann war der du Schwein was warst du dir denken? die haben uns gespielt vielleicht vielleicht geht der da hin? ja pass auf der geht ran kommst du hin? ja die habe ich nicht richtig gekriegt verdammt die geht ziemlich kacke aber die sind beide dumm kriegst du noch mal? nicht so wie ich wollte die kommt gut wenn du sie richtig nimmst wenn du sie richtig nimmst boah die ist rausgekullt diese kleine Fuddel guck mal scheiße da hat sie noch gekriegt nehmst du du ja mal mit ich guck ich nehm sie ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht was ist mit denen los mit denen ist nicht los mit denen ist nicht los oder meinst du mit uns ist was los wir waren die ersten minuten einfach behindert ja das war das erste spiel für heute äh für heute das erste spiel heute ja für heute war es deins bestimmt nicht du warst bestimmt schon in der scheiße drin ne ich war heute ja los Jens wow ah verdammt hier ist er rein ja das ist wohl richtig ich hätte sie viel früher nehmen sollen aber ich war zu weit weg und dann hat er dich gefähigt ja genau ich bin Patrick ich bin ein Arschloch kommst du nein ich hab's aber noch vorgekriegt hey du hast du gar noch mal erwischt ah hey fresschen ich hab dich schon vorbeifliegen gesehen los Jens oh wow oh Moment die kommen noch mal zurück geschweigt oh der hat's ja vorher gespielt die Sau wenn ich geh zurück weil ich seh's irgendwie dass die nicht zurück geht Moment 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 oh verdammt sorry ich hätte gedacht ich krieg's ja die Scheiße so ich geh zurück hey 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 ne eben nicht oh 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 zweifach halig geschwindigkeit vorbeigefahren oh die geht's Richtung Tor ne mal gucken schön dass ihr euch gegenseitig wegspielt wie oh sorry oh oh ah oh Oh Ich bin Patrick. Ich bin bald fixiert. Tut mir leid, das ist eine Krankheit. Ja, sorry. Ich habe ihn weggeräumt. Hast du es gemerkt? Oh, der war gut. Wo bist du? Nicht da, wo du sein solltest. Nein. Ich wollte dich nach Ram. Okay, kannst du da wieder suchen. Warum hast du da nicht Region 4 drin? Habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe gar nichts gemacht. Geh mal eins hoch. Ja. Was ist das? Europa. Mach mal USA raus und Ozean. Ozeanien. Wieso? Weil Europa reicht. Ach. Nee, das ist vom Ping her scheiße. Und Ozeanien. Okay. Reich. Und mehr zu. Okay. Bist du egal? Du hast nur Angst. Wo ging am Dressel vor ihr? Nee, das ist kacke. Wenn die einen höheren Ping haben, dann hast du immer so dieses. Oh, wie wenn es noch nie geleckt hätte. Aber muss ich es ja nicht schlimmer machen. Wacke, die leckt immer. Tor. Und Tor. Ich habe echt gedacht, ich wäre dritten. Nee, fast. Ich habe sie leider nicht mehr richtig reingekriegt. Oh, sorry. Schwäne oder Schwäne? Das ist das selbe. Schwäne, Schwäne. Nichts kann man nicht heißen. Ich weiß. Gar nichts. Nichts. Was machst du? Ich weiß es nicht. Was machst du? Ich hatte den Ball falsch kalkuliert. Das Schwein. Geht leider daneben. Oh ja, die ging voll daneben. Oh, Schwäzer. Wenn ich sie noch reingemacht habe. Guck. Guck mal, ich bin Patrick. Ein fliegender Affe. Moment. Scheiße. Moment, die kommt Richtung Tor. Ich gehe weg. Was ist der Leine? Ah, verdammt. Kommt ihr mit? Nein, die kommt in der Mitte. Bitte. Schade. Oh ja, komm, lass ich den Patrick frei in den Lauf. Idioten. Was geht es denn? Oh nein. Ich guck mal, komm. Ich guck mal. Was war der vor dem Tor, Mann? Ball. Ja, gut. Was passiert? Manchmal stür ich mich beim Verteidigen auch nicht besser an. Mann, die kommen doch mal in die Mitte Oh, du hast mich blockiert Du Schwein Hat er wieder die Grubbe aufgelöst Die war gerade ziemlich schlecht Nein, die war gut Na, was machst du damit? Ich weiß, was ich gemacht habe Echt? Ich habe irgendjemand gerammt Ich weiß nicht mehr, wer es war Das kann sein, das war's zu Oh, mo mo Die geht ins Tor Nein, ich habe den anderen weggezogen Machst du das, oder? Ja Gut Oh, fuck Die hat eigentlich sowas von drin sein müssen? So wie die jetzt Da kommt einer Der dumm ist Ja, da hat sie verfehlt Der hätte mich eigentlich kaputt machen sollen Der hätte dich rammen sollen, ja In den Arsch, in den Arsch Ja, so ungefähr In den Arsch, in den Arsch Ich bin Patrick, ich bin blöd Ja, die wäre auch so rein Ja, aber du hast noch aussehen lassen, wenn du blöd wärst Ich guck, wer macht das? Oh, guck mal! Oh, guck mal! Das kann ich auch nur machen, weil die Gegner sowas nicht machen Du bist echt Ich hoffe, ich spüre schon mal gegen den Rocket League Spaß Nee, da komme ich schon gar nicht hin Weil es gibt einfach Leute, die sind noch viel schlimmer als ich Es geht ja nicht um das, dass du gegen den gewinnst Dass du dir einfach mal richtig schöne Hand nehmen Bleib mal wenigstens was Oh, Moment Die habe ich für dich jetzt Na, guck mal, das war schon geil Die kommt Wenn du sie kriegst, wäre es geil Ich habe sie schön für dich vorgelegt Die sie aber nicht gekriegt haben Na, was machst du damit? Nix, ich muss zurück Oh, ich habe sie aus dem Weg geschafft Oh, voll verfehlt Kriegst du nochmal? Nee Oh, sie haben noch ein Tor hingekriegt Die war direkt über mir Ich wollte eigentlich rammen Und dann war so, merde Und dann, wo ich ball, weil ich... Ah, da ist er Ja Nein, mal hin Das machen sie uns noch platt Du lachst Schau mal ernst Oh ja, komm, lass sie doch gleich voll reinlaufen Echt, wenn du ja zuguckst, könnte ich heulen Ich bin ein Schwein Und er heißt Patrick Ich bin die größte Sau, die rumläuft Hier, guck mal, die sind am Boden Oh, ich will den Test Egal So, das machen wir mal ein Match und dann... Ah, du musst kurz die Gruppe öffnen Oder was auf, ich schick dir kurz Muss ich raus, oder? Hauptmenu Nö, kannst du auch drinnen nehmen, ist egal Müsste mal noch so wieder gehen Müsste Mitte Müsste Mitte Müsste Mitte Müsste Mitte Ja okay So schneller So schneller, man Da, gehts schon Deswegen bin ich gespannt Weißt du, wie sie manchmal haben wir glaube ich du einen unteren Weißt das, 첫 und Card Wenn du mal höher kommst nein, dann ziehts dahin an Bei denen sieht gar nichts Die spielen alle wie ich Oh, guck mal das an, das war bestimmt Oh ja, so wie der letzte Meister, der behindert war Das war gerade ein Experte, das ist nicht der Rang nach, wird daran aber Meister Der andere Mann tickt mehr Oh, voll dran vorbei, Patrick Die geht rein, die geht wie die rein geht, die geht so sauber rein, wie sie nur rein gehen kann Vom Velvelacksecker Ich weiß nicht, traurig Ja, ich weiß Willst du so reinkohlen, ne? Ja Moment, ich... Diese miese kleine Fuddel Guck da so zurück, hab ich Ich bin da Hm, da hat sie wieder gekriegt Ich hab sie dem schönen vor die Füße gespielt Ah, verdammt Wenn du spielst, hört sich das an, wenn ich einfach meinen Controller nimm und einfach zusammenknülle Guck mal, ich weiß nicht so, was ich Ja, das ist einfach Du bist da Ja Ja Wurde wieder getrennt Das ist immer so Fifty-Fifty, dass man die Position noch so kriegt Ja, ich... Ja, ich... Moment, scheiße Oh, du Glück hast sie die gekriegt Die war, glaub ich, rein Ah... Ah... Das wenigstens hab ich noch erwischt Da kommen zwei angeflogen Da kommt ein A-Loch geflogen, setz dich nieder auf deinen Ball Oh, die Sau hat's abge... Ja, hab's mitgekriegt Ich bin nicht so ein Spast wie ihr, ich hätte ihn ruhig reingehen lassen können Ha... Der geht mir auf den Sack Der geht mir auf den Sack Oh, fuck Ich will den Ramm Den Ramm doch Ha... Aber bitte so, da soll er kein... Mach doch So wie jetzt Oh, verdammt Oh Der hat ziemlich schön in mir vorbeigespielt Ich war oben noch so schräg in der Luft und als ich grad, als ich gelandet war, hab ich gesehen, der kommt Scheiße, echt Was macht ihr? Nichts Was machst du? Nichts Was machst du? Mein Tor Weil ich Patrick bin Ja, da hat... Andere hatten verfehlt, andere wollte Boost holen War halt wieder Pech für die anderen Der kann wahrscheinlich drücken... NOOOOO Oh Oh Der war schnell, wirklich Ah, verdammt Scheiße Oh Der war so schnell Hey, der kommt gut Jens! Jens, da ist jemand Juuuuhh Oh, war das geil Guck mal wie du ausgedrückt hast Komm, komm, guck Hähä Hehä Hehä Ach Ich sag mal, das sollte schon für heute Nee, komm, da geht noch ein Tor Ah, ist klar Ja, bei uns Weil Patrick meint, er muss fliegen Vorbei Das muss ich angucken Vielen Dank. Oh, die war gar nicht so schlecht. Ich weiß, es war nur keiner da. Immer noch keiner da. Fuck. Komm jetzt. Die waren ein bisschen zu stark. Nein, ich komme schon drauf. Kommt der? Nicht mehr. Okay. Gut, danke. Wir können nicht mehr Zeit lassen. Das war so. Wow, 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 der kommt nicht schimpft. Jens, du bist echt... Du bist hier reingefahren. Ja, ich bin... Können wir den Hüfe angucken? Den hätte ich so sauber reingekriegt. Aber ich bin Patrick. Oh, der Ball. Ball. Der Ball gehört mir. Den hätte ich sauber reingekriegt. Ich auch. Oh, verdammt. Schnell, du musst ihn. Scheiß kriegst du rein. Laffe. Laffe. Blockt ab wieder. Oh, die Tore geht. Oh, die Tore geht. Ziemlich. Das war... Ja. Zweimal... Meisterleistung. Ja. Oh, verdammt. Der... Wollt wieder an den Rebound. Ah, Moment. Jetzt weiß er, wie man Tore hält. Klar, er geht. Ist ja der behindert. Egal. Ist vorbei. Das war ein schönes, spannendes Spiel. Spannendes, war beschissen. Ich bin ja fünf Jahre älter, Mann. Puh. Okay. Also. Tief durchatmen. Was? Tief durchatmen. Boah, ich kürze echt. Okay. Also, vielen Dank, dass du es geschaut hast. Ob ich zum nächsten Mal... Bye. Fucklig.